Die antiken Städte der Welt sind noch immer voller Überraschungen und Schätze, die jahrhundertelang verborgen waren. Mithilfe modernster Scantechnik wollen wir ihre Geheimnisse lüften. Istanbul. Die Brücke zwischen Europa und Asien. Seit mehr als zweieinhalbtausend Jahren treffen in Istanbul, Orient und Occident aufeinander. Aufgrund ihrer Lage war die Stadt oft heftig umkämpft. Römer, christliche Kreuzfahrer und muslimische Türken. Sie alle rangen um die Vorherrschaft in dieser einst größten Stadt der Welt. Doch viele der antiken Schätze hier sind unsichtbar. Oh. Tief unter der Stadt vergraben. Hier gibt's doch Ratten. Vorsicht. Gemeinsam mit unserem 3D-Scan-Team werde ich Paläste, Festungen und Aquädukte erforschen. Wir werden das vergessene römische Hippodrom sichtbar machen. Hier war die Rennbahn. Und enthüllen die Genialität der antiken Baumeister. Unglaublich. Wir erkunden ein Meisterwerk islamischen Fortschritts. Und gehen auf eine virtuelle Zeitreise. So haben selbst die Bewohner von Istanbul ihrer Stadt noch nie gesehen. Willkommen im unsichtbaren Istanbul. Istanbul. Die Brücke zwischen zwei Kontinenten. Ich komme auf der Wasserstraße an, die diese Stadt bekannt gemacht hat. Ich befinde mich auf dem Bosporus, einem der weltweit meistbefahrenen Schifffahrtswege. Hinter mir im Norden ist das Schwarze Meer, vor mir das Mittelmeer. Zu meiner Linken liegt Asien und zu meiner Rechten Europa. Hier treffen Menschen aus aller Welt zusammen. Und zu beiden Seiten dieser Meerenge erstreckt sich Istanbul. Istanbuls strategisch günstige Lage machte die Stadt für die Großmächte der Antike unwiderstehlich. Vor 2500 Jahren unter griechischer Herrschaft hieß sie Byzanz. Die Römer gaben ihr den Namen Konstantinopel. Und 1453 wurde sie von den Osmanen erobert und Istanbul genannt. Wie Napoleon schon sagte, wenn die Welt ein einziges Land wäre, dann wäre Istanbul die Hauptstadt. Seine stürmische Geschichte hat Istanbul zu einer der pulsierendsten Städte der Welt gemacht. Die Zeichen vergangener Turbulenzen sind noch überall zu sehen. Selbst die berühmtesten Plätze der Stadt sind von Kampfspuren gezeichnet. Die Hagia Sophia oder Sophienkirche wurde von den Römern erbaut. Jahrhundertelang war sie die größte Kathedrale der Welt. Moderne Bauwerke überdauern oft nur Jahrzehnte. Ich will herausfinden, warum die Hagia Sophia nach 1500 Jahren immer noch steht. Die Höhe dieser Kuppel, die Atmosphäre, der Raum, das ist außergewöhnlich. Als sie im 6. Jahrhundert nach Christus gebaut wurde, war dies die höchste Kuppel der Welt. 55 Meter hoch. Sie ragte buchstäblich in den Himmel. Dieses Bauwerk beherrschte das Stadtbild des damaligen Konstantinopel und versetzte seine Einwohner in Ehrfurcht. Zwei Vorgängerbauten der Hagia Sophia waren niedergebrannt. Deshalb ließ Kaiser Justinian diese Kirche als gewaltigen Beweis für die Macht und Beständigkeit Roms errichten. Die Kuppel der Hagia Sophia hat Erdbeben, Aufstände, Belagerungen und Eroberungen überstanden. Unser Scan-Team unter der Leitung von Architekt Matt Shaw versucht herauszufinden, warum. Hallo Matt, schön dich zu sehen. Hallo Michael. Wie geht's? Hallo Tom. Sehr schön, dass der Scanner schon läuft. Ja, schon lange. Und wir werden hoffentlich eine Antwort auf die Frage finden, die mich hier immer beschäftigt. Wieso steht dieses Gebäude noch? Hoffentlich. Der Scanner nimmt mehr als eine Million Pixel pro Sekunde auf. Wir werden von diesem Raum ein 3D-Modell erstellen, das mehr als eine Milliarde Bildpunkte enthält. Dann können wir uns dieses gewaltige Bauwerk vorstellen und vielleicht das Rätsel lösen. Das ist der Plan. Im 15. Jahrhundert wurde die Hagia Sophia zu einer Moschee umgebaut und später um diese Minarette ergänzt. 900 Jahre lang war sie eine Kirche, knapp 500 Jahre lang eine Moschee und seit mehr als 80 Jahren ist sie ein Museum. Die strategisch wichtige Position zwischen Europa und Asien hat Istanbul zum Gegenstand eines politischen und religiösen Tauziehens gemacht, das bis heute andauert. Die Hagia Sophia verkörpert die turbulente Geschichte der Stadt. Istanbul wird immer zwischen Osten und Westen hin- und hergerissen sein. Und es wird sich angesichts der Weltpolitik und Veränderungen immer entscheiden müssen. Um zu beweisen, wie die Geschichte die Stadt verändert hat, erstellen Matt Shaw und sein Team eine 3D-Karte des Zentrums von Istanbul. Wir wenden ein Verfahren namens Fotogrammetrie an. Dabei werden tausende von Einzelbildern aufgenommen. Mithilfe sehr kluger Algorithmen können wir dann daraus ein sehr genaues 3D-Modell von Istanbul erstellen. Das Modell wird uns zeigen, wie die Stadt während der letzten 2000 Jahre erbaut, zerstört und verändert wurde. Und indem wir die Hagia Sophia von innen und außen scannen, finden wir auch heraus, wie sie trotz aller Widrigkeiten überdauern konnte. Die ersten Scans sind jetzt fertig. Matt, wie läuft's? Hallo, Michael. Ich kann es kaum erwarten, Istanbul in all seiner Pracht zu sehen. Und los geht's. Das ist unser Fotogrammetrie-Modell. Wahnsinn. Und in der Mitte ist die Hagia Sophia. Hier ist sie. Aber richtig interessant wird es, wenn wir uns nach drinnen begeben. Oh, wir sind einfach reingegangen. Das hat was. Im wirklichen Leben kann man nicht einfach so durch eine Mauer fliegen, wenn man gerade Lust dazu hat. Aber verraten uns die Scans irgendetwas, das wir vielleicht nicht erkennen konnten, als wir dort waren? Auch in den Scans fällt einem vor allem die Kuppel ins Auge. Und wenn wir uns nach oben bewegen, sehen wir sehr schnell, dass da einige leichte Unregelmäßigkeiten sind. Die Kuppel ist nicht ganz rund. Sie hat Dellen und Beulen. Das sind die Auswirkungen von Erdbeben. Auf dem Scan sieht man ganz deutlich, dass sie oben und unten ziemlich ausgebeult ist. Aber als wir real dort gewesen sind, war das nicht zu sehen. Das liegt daran, dass unsere Augen dazu neigen, Fehlendes automatisch zu ergänzen. Von außen betrachtet wird es noch aufschlussreicher. Wir tragen die Außenwand ab. Jetzt sehen wir nur noch die Innenwand der Kuppel und untersuchen die Beulen mal genauer. Es handelt sich nicht einfach um Fehler. Wir haben es mit der Arbeit von Genies zu tun, die nach Lösungen suchten. Dieses Bauwerk war schon immer von Erdbeben bedroht. Bereits 26 Jahre nach ihrer Fertigstellung stürzte die Kuppel ein. Beim Wiederaufbau der Kuppel brachte man diese Reihe von Streben an, die man hier sieht. Sie leiten das Gewicht nach unten auf diese runden Balken. Und dann auf diese dreieckigen Segmente. Die nennt man Pendantifs. Sie verteilen das Gewicht der Kuppel auf vier Punkte und verwandeln die Struktur von einer kugelförmigen in eine viereckige. Und damit wird die Last an vier Stellen nach unten geleitet. Wenn man im Gebäude ist, denkt man über all das nicht nach. Man hat nur Augen für die wunderschönen Engel. Es wirkt, als würden die Engel buchstäblich den Himmel tragen. Sie tragen das Dach. Und sie halten alles zusammen. Ich bewege uns jetzt wieder aus der Kirche raus und schneide sie auf. Hier ist die Kuppel. Und an den Seiten befinden sich noch einmal zwei riesige halbe Kuppeln. Sie sorgen dafür, dass der Raum noch größer wird. Wenn man dort drinnen herumläuft, spürt man das gewaltige Volumen. Doch auch diese klugen Konstruktionen reichten nicht aus. Und im Laufe der Jahre wurden an allen Seiten Stützen angebracht. Die halten alles zusammen. Sie verhindern, dass alles auseinanderfällt. Die römische Stadt Konstantinopel wurde nach ihrem Gründer Kaiser Konstantin benannt. Und die Hagia Sophia war ihr religiöses Herzstück. Der irdische Machtsitz des Kaisers stand direkt neben der Basilika. Der große Palast. Ein riesiger, prächtig ausgestatteter Komplex im Stadtzentrum. Er war fast 700 Jahre lang Wohnsitz der römisch-byzantinischen Kaiser. Die Computergrafik vermittelt uns eine Ahnung von der Herrlichkeit dieses Prachtbaus. Auch wenn wir nur einen kleinen Teil des großen Palastes betrachten. Hallo. Kann ich bitte einen hiervon haben? Danke. Kaiser Konstantin machte die Stadt im 4. Jahrhundert zur Hauptstadt des Römischen Reiches. Er wollte eine Stadt, die Rom überstrahlte. Guten Appetit. Er geriet geradezu in einen Baurausch. Kirchen, Paläste, öffentliche Bäder und eine Bibliothek. Innerhalb eines Jahrhunderts stieg die Bevölkerung von 20.000 auf 200.000. Die Römer waren genial darin, öffentliche Plätze zu bauen, an denen die ganze Stadt zusammenkam. So zum Beispiel das Kolosseum in Rom. Hier in Konstantinopel war dieser Ort das Hippodrom, die Wagenrennbahn. Ich bin mit jemandem verabredet, der diesen Ort in- und auswendig kennt. Das Hippodrom dominierte das antike Konstantinopel. Es war das gesellschaftliche Zentrum der Stadt. Hier fanden doppelt so viele Zuschauer Platz wie im Kolosseum in Rom. Und sogar mehr als im Wembley-Stadion. Doch von der Rennbahn ist nur noch wenig übrig. Also, Kerim, wo gehen wir hin? Sie sehen gleich das Kellergewölbe des Hippodroms. Wir gehen da rein? Ja. Ich nehme an, das hier ist normalerweise nicht öffentlich zugänglich. Nein. Kommen Sie. Jetzt verstehe ich, warum wir Taschenlampen mitbringen sollten. Was für ein Raum. Na, was sagen Sie? Unglaublich, wo sind wir? Das hier ist das Gewölbe unter der Tribüne. Über uns wäre jetzt das jubelnde Publikum? Ja, genau. In diese Richtung führt ein Tunnel. Und in diese Richtung auch. Das ist der reinste Kaninchenbau. Ja, Sie halten sich besser an mich. Und was ist da hinten? Mein Gott, Ingo. Hier sind überall Gänge und Wege. Da ist eine Tür, Kerim, was... Sehen Sie selbst. Nur zu. Wirklich? Na gut. Wow, okay. Kerim, ich glaube, wir brauchen viel mehr Ausrüstung. Wir brauchen viel mehr Geer. Na, wenn das kein tolles Gefühl ist. Ich komme mir vor wie ein verschnürtes Brathähnchen. Aber ich glaube, ich bin soweit. Kerim? Kerim? Okay, let's go. Auf geht's. Packen wir es an. Kerim will mir zeigen, wie das Hippodrom geschickt umgebaut wurde, um das Überleben der Stadtbevölkerung zu sichern. Einrasten? Ist es kalt? Oh, ja. Vorsicht. Ja, die Stufen sind glitschig. Unter unseren Füßen sind jede Menge Felsbrocken. Das ist ja riesig hier. Ja. Erstaunlich. Aber wie kommt das? Dieser zugemauerte Raum wurde vermutlich im 6. Jahrhundert in eine Zisterne verwandelt. Dieses ganze Areal wurde einfach komplett umfunktioniert? Genau. Wow. Istanbul liegt zwar am Meer, verfügt aber nur über wenige Trinkwasserquellen. Jeder Tropfen musste gespeichert werden. Also verwandelten die Römer die unterirdischen Gänge des Hippodroms in ein gewaltiges Reservoir. Allein dieses Gewölbe fasste bis zu 10 Millionen Liter und konnte die Stadt in Zeiten der Belagerung oder Dürre retten. Und alles dank der römischen Erfindung des wasserdichten Zements. Hier sehen wir den wasserfesten Verputz. Das ist sehr guter Verputz, er ist immer noch da. Unglaublich. Was glauben Sie, wie hoch das Wasser hier drin stand? Wir können das schätzen, wenn wir uns anschauen, wie hoch der wasserdichte Verputz reicht. Das heißt, es kann sein, dass der komplette Raum bis unter die Decke gefüllt war. Ja, das ist möglich. Und er war mit den Wasserversorgungsleitungen der Stadt verbunden. Das hier war eine der größten Zisternen Konstantinopel. Das hier war eine der größten? Ja. Wir wissen, dass es hier mindestens 200 Zisternen gab. Diese Wasserspeicher gab es in allen Formen und Größen. Kleine für einzelne Familien und riesige wie diesen hier für ganze Stadtviertel. Und was ist das hier für ein Kanal, der hier rechts abzweigt? Das ist vermutlich die Verbindung zu einem osmanischen Brunnen an der Außenfassade, der im 16. Jahrhundert gebaut wurde. Wir können also davon ausgehen, dass die Zisterne von ihrem Bau im 6. Jahrhundert an mindestens 1000 Jahre lang in Betrieb war. Das Hippodrom war hier seit dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und im 6. Jahrhundert wurde es in eine Zisterne umgewandelt, die mindestens bis ins 16. Jahrhundert hinein genutzt wurde. So ist es. 1000 Jahre. Es ist ein Beleg für den ständigen Wasserbedarf der Stadt. Vielen Dank, dass Sie mir das gezeigt haben. Es war mir ein Vergnügen. Lassen Sie uns zurückgehen. Unsere Scans zeigen, wie ein Bauwerk, das ursprünglich der Unterhaltung diente, in ein lebensrettendes Reservoir verwandelt wurde. Heute erinnert sich kaum jemand mehr daran, bis auf jene, die das unsichtbare Istanbul kennen. Bei der schnell wachsenden Bevölkerung Konstantinopels reichten improvisierte Wasserspeicher bald nicht mehr aus. Noch mehr römische Ingenieurskunst war gefragt. Nirgendwo kann man die Wunder der römischen Wasserbaukunst schöner erleben als hier, bei einer Tasse Tee. Ich befinde mich nämlich inmitten eines Aquädukts. Das ist der Valens-Aquädukt, einst die wichtigste Trinkwasserleitung der Stadt. Die Aquädukte mussten so gerade und effizient wie möglich sein, und das hieß für die Architekten, dass sie die Landschaft bezwingen mussten. Wir befinden uns hier zwischen zwei Hügeln. Die römische Lösung bestand darin, sie mit einer Brücke zu verbinden. Dieses Bauwerk ist fast 30 Meter hoch und von Hügel zu Hügel über einen Kilometer lang. Selbst die heutige Großstadt Istanbul muss sich ihm beugen. Hallo Jim. Professor James Crowe von der Edinburgh University wird uns mehr darüber erzählen. Es ist doch höher, als es von unten aussieht. Keine Sorge, wenn Sie oben sind, ist alles gut. Professor Crowe kartografiert dieses alte Wasserversorgungssystem der Stadt schon seit Jahrzehnten. Danke, was für eine Aussicht. Und es ist ganz schön warm. Herzlich willkommen. Was für ein toller Ort. Es ist, als würde man über den Straßen schweben. Das hier ist also der Aquädukt, aber wo wurde das Wasser entlang geleitet? Im Innern sind große Kanäle, fast so hoch wie sie und so breit wie das hier. Sie transportierten das Wasser über riesige Entfernungen in die Stadt hinein und füllten die Brunnen und Zisternen. Wie haben Sie dieses Kanalnetz denn entdeckt? Als wir anfingen, wussten wir zwar, dass es außerhalb der Stadt diese extrem lange Wasserleitung gab. Aber wir mussten 20 Jahre lang alte Karten wälzen, mit Leuten in den umliegenden Dörfern sprechen und sehr viel Tee trinken, um herauszufinden, wo genau dieser Aquädukt verlief. Denn die Gegend ist sehr dicht bewaldet. Es ist fast, als würde man im Dschungel arbeiten. Und dann tauchen da plötzlich diese riesigen Brücken zwischen den Bäumen auf. Ich sehe Indiana Jones förmlich vor mir. Naja, es hat Spaß gemacht, aber vor allem waren wir nun in der Lage, das Leitungssystem zu kartieren, seine Länge zu errechnen und einzuschätzen, wie weit es von der Stadt weg führte. Und dieses Trinkfassernetz war genauso komplex wie das in Rom? Auf jeden Fall. Und in mancher Hinsicht war dieses hier technisch sogar noch anspruchsvoller als das in Rom. Unsere Ingenieure heute staunen nur, wenn wir ihnen davon erzählen. Es ist ihnen ein Rätsel, wie die Leute das damals geschafft haben. Unsere Scans zeigen, wie das Wasser durch zwei große Leitungen innerhalb des Aquädukts floss. Es wurde in zahllose Zisternen in der ganzen Stadt verteilt. Einige davon waren improvisiert, wie die im Hippodrom. Andere gezielt gebaut und einige davon so groß wie ein Fußballfeld. Sie speisten sich aus zwei Aquädukten, die Quellwasser aus 200 Kilometer Entfernung in die Stadt brachten. Mit einem Leitungsnetz von mehr als 500 Kilometern Länge war dies das längste und komplexeste Wasserversorgungssystem der römischen Welt. Bisher haben wir Ruinen gescannt, die die Geschichte von Konstantinopels Aufstieg erzählen. Die Überreste des einst so prächtigen großen Palastes zeugen von seinem Niedergang. Dieser Palast wurde zerstört, als es zu Kämpfen innerhalb der Christenheit kam. Zwischen der römisch-katholischen Kirche und dem Byzantinischen Reich hatte es seit Jahrhunderten religiöse Dispute gegeben. Und schließlich waren Konstantinopels Reichtümer für die westlichen Kreuzfahrer einfach zu verlockend. Dieser Palast wurde im Laufe der Zeit mehrere Male zerstört und wieder aufgebaut. Doch den finalen Todesstoß erhielt er 1204, als westliche Kreuzfahrer unter der Führung Venedes die Stadt eroberten und zerstörten. Und diesen wunderschönen Palast gleich mit. Die westlichen Eroberer blieben mehr als 50 Jahre in Konstantinopel. Sie entweiten orthodoxe Kirchen, brannten Bibliotheken nieder und plünderten den großen Palast, bis nur noch Ruinen übrig waren. Der Konflikt zwischen katholischer und orthodoxer Kirche führte zum Zusammenbruch Konstantinopels. Im 15. Jahrhundert sank die Einwohnerzahl auf weit unter 70.000. Die ruhmreichen Tage waren vorbei. Die Stadt glich nur noch einer leeren Hülle. Und es kam noch schlimmer. 1452 war die Stadt Konstantinopel alles, was noch vom Oströmischen Reich übrig war. Eine winzige christliche Insel inmitten des Osmanischen Reichs. Die Stadt war den Türken auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Versorgungsgüter konnten nur mit Schiffen in die Stadt gebracht werden. Der türkische Anführer Sultan Mehmet ließ diese Burganlage bauen, um sie aufzuhalten. Sie lag an der schmalsten Stelle des Bosporus, keine 800 Meter von seiner eigenen Festung auf der asiatischen Seite entfernt. Heute kennt man die Festung unter dem Namen Rommeli-Hissari, was so viel bedeutet wie Festung der Römer. Denn wir befinden uns hier auf der europäischen Seite und als Mehmet die Festung bauen ließ, war dies römisches Herrschaftsgebiet. Doch der ursprüngliche Name war Boa Kissa, was so viel heißt wie Abschneider der Meerenge, also des Bosporus. Doch gleichzeitig heisst es auch Halsabschneider. Und das nicht von ungefähr. Der Hauptturm der Festung war ein strategisch extrem wichtiger Kommandoposten für Sultan Mehmet. Er ist nicht öffentlich zugänglich, doch der Historiker Ali Serik nimmt uns mit hinein. Wahnsinn, haben Sie einen Schlüssel? Ich bin sehr gespannt, welchen Zweck dieser Turm hatte. Um das herauszufinden, begeben wir uns ganz nach oben. Was für ein Raum! Wissen wir, wofür er genutzt wurde? Sultan Mehmet traf sich hier mit seinen Feldherren. Das heisst, hier hat Sultan Mehmet möglicherweise seine Pläne für die Eroberung Konstantinopels geschmiedet. Was für ein unglaublich geschichtsträchtiger Ort! Mithilfe unserer Scans werfen wir nun einen Blick hinter die Fassade von Sultan Mehmetz Hauptquartier. Dort offenbart sich uns eine unerbittlich effiziente Kriegsmaschinerie. Bis zu sieben Meter dicke Außenmauern, die Sultan Mehmetz Beratungszimmer schützen sollten. Kleine Aussichtsfenster, Bogenscharten, Latrinen, Getreidespeicher, Quartiere für bis zu 400 Soldaten, gut gefüllte Waffenkammern, eine Rutsche, über die kochendes Öl auf etwaige Eindringlinge geschüttet werden konnte und eine unvergleichliche Aussicht auf die schmalste Stelle des Posporus. Doch der Turm birgt auch ein Überbleibsel von Konstantinopels Verteidigung. Und was ist das? Wofür war die Kette? Für das Goldene Horn. Das Goldene Horn? Ja. Die Kette des Goldenen Horns. Wow. Sie macht noch einen sehr stabilen Eindruck. Ganz schön schwer, so ein Kettenglied. Ungefähr 15 Kilogramm. Kein Wunder, dass sie so lange so gut funktioniert hat. Diese Eisenkette ist legendär. Jahrhundertelang wurde mit der Kette die Einfahrt zum Goldenen Horn gegen Angriffe gesperrt. Sie hinderte auch Sultan Mehmeds Schiffe daran, in die Stadt vorzudringen. Aber… Mehmed hatte einen genialen Einfall. Er ließ aus in Olivenöl getränkten Holzblöcken eine Transportstraße liegen, über die seine Schiffe an Land in die Mündungen gezogen werden konnten. So gelang es ihm, die Kette zu überwinden. Und am 22. April 1453 brachte er seine Flotte in Stellung, um Konstantinopel endgültig zu erobern. Die christlichen Verteidiger waren den osmanischen Angreifern zahlenmäßig völlig unterlegen. Frauen, Kinder, Alte und Kranke suchten Zuflucht in der Hagia Sophia. 53 Tage lang bombardierten die Eroberer die Stadt mit einer der fortschrittlichsten Artillerien der damaligen Zeit. Am 29. Mai 1453 fielen die legendären Mauern Konstantinopels endgültig. Die Eroberer stürmten zur Hagia Sophia. Sie sprengten die Türen. Die Christen, die sich dort versteckt gehalten hatten, wurden getötet oder versklavt. Sultan Mehmet selbst sollte über die Verwüstung später klagen. Wie konnten wir nur zulassen, dass so eine Stadt geplündert und zerstört wird? Mit dem Untergang des Byzantinischen und damit des Römischen Reiches, knapp 40 Jahre ehe Kolumbus Amerika entdeckte, begann für Konstantinopel ein völlig neues Kapitel. Die Stadt hieß jetzt Istanbul, war islamisch und die Hauptstadt des Osmanischen Reiches, das nun den gesamten Osten beherrschte. Am besten lässt sich der Wandel der Stadt anhand der Hagia Sophia nachvollziehen. Aus der Kirche wurde eine Moschee. Im Laufe der Zeit wurden an allen vier Ecken Minarette angebracht. Und man ließ diese riesigen Paneele errichten mit den Namen Allahs, des Propheten Mohammed und seiner Nachkommen. Es gab auch weniger auffällige Veränderungen. Diese Mosaikkreuze hier wurden durch islamische Verzierungen übertüncht. Doch die wichtigste Veränderung war diese hier, der Mihrab. Er befindet sich seitlich versetzt zur Absis. Und das aus gutem Grund. Er ist nach Mekka ausgerichtet und zeigt damit den muslimischen Gläubigen die Gebetsrichtung an. Als Bestandteil der muslimischen Welt erlebte die Stadt eine Wiedergeburt. Istanbul verwandelte sich in die geschäftige, lebhafte Stadt, wie wir sie heute kennen. Voller asiatischer und europäischer Einflüsse. Unsere 3D-Karte zeigt uns eines der großartigsten Beispiele osmanischer Architektur. Eine neue Moschee, die die Hagia Sophia übertreffen sollte. Die Suleymanie Moschee. Erbaut 1557, im Auftrag von Sultan Süleyman, dem Prächtigen, ist sie auch heute noch eine Oase des Friedens. Die Genialität der Suleymanie Moschee reicht von ihrer großartigen Konstruktion bis ins kleinste Detail. Vieles ist unsichtbar. Doch nicht für die Historikerin Oja Aydemir. Was für eine Tür! Fantastisch! Das ist unglaublich! Was für ein Raum! Die Moschee heißt sie willkommen. Ja, das kann ich spüren. Man wird förmlich in diesen Raum hineingezogen. Dieses Gefühl von Größe und Licht hier drin ist einfach unglaublich. Mir ist aufgefallen, dass die Leuchter im Vergleich zur Decke sehr niedrig hängen. Warum ist das so? Das liegt daran, weil der Raum so hoch ist. Damit wird die gewaltige Höhe etwas abgemildert und man fühlt sich geborgener. Wir sollen uns wohler fühlen. Ja. Und hier sind überall Eierschalen. Sind das Straußeneier? Ja, das sind Straußeneier. Und sind sie einfach nur Dekoration? Nein, sie sind hübsch, aber vor allem halten sie Insekten und Spinnen fern. Die Schalen von Straußeneiern halten Spinnen fern? Großartig! Das ist doch ein toller Tipp. Okay, jeder braucht zu Hause ein leeres Straußenei. Heute ist alles elektrisch, aber als die Moschee gebaut wurde, waren hier überall Kerzen. Kerzen und natürlich Öllampen. Wir müssen uns also tausende funkelnde Lichter vorstellen, die diesen Raum erhellt haben. Ja, sehr magisch. Aber die ganzen Kerzen und Öllampen müssen doch furchtbar gerust haben. Die Decke muss schwarz gewesen sein. Aber die Wände und die Decke sind makellos. Erst auf den Scans sehen wir die geniale Lösung. Ein in den Wänden verstecktes Lüftungssystem. Der Ruß wurde durch verborgene Schlote nach oben in eine geheime Kammer gezogen, wo er an den Wänden kleben blieb und zur Tinte für heilige Schriften verarbeitet wurde. Heute sind dort nur noch Graffiti zu sehen. Ein anderes Geheimnis dieses Gebäudes befindet sich unter unseren Füßen. Wow, was sind das für Gänge? Sie verhindern, dass sich Feuchtigkeit bildet. Sie bilden ein Lüftungssystem. Diese Gänge sind heute Lüftungsschächte. Aber ursprünglich wurden sie genutzt, um die Arbeiter, die an der Moschee bauten, mit Trinkwasser zu versorgen. Überall hier drin verstecken sich geniale Ideen. Hier zum Beispiel verbessert die Dekoration die Akustik, damit jeder die Predigt verstehen kann. Die Moschee war nicht nur genauso prächtig wie die Hagia Sophia, ihre Architektur und Technologie übertraf diese bei weitem. Sultan Süleyman hatte ehrgeizige Pläne. Er ließ rund um die Moschee ein Krankenhaus bauen. Außerdem mehrere Schulen, Badeanstalten, eine Herberge und eine Medizinhochschule. Sein Ziel war es, die Moschee zum Stadtzentrum zu machen. Ein wichtiger Teil des Komplexes rund um die Moschee war die Armenküche. Durch dieses winzige Loch in der Mauer wurde täglich an mehr als tausend bedürftige Essen ausgegeben. Hier wurden die Mahlzeiten durchgereicht. Die Person, die das Essen ausgab, konnte nicht sehen, wer auf der anderen Seite stand. So wurde niemand bevorzugt und niemand benachteiligt. Was für ein brillantes System. Es ist völlig anonym. Ich sehe nicht, wer hinter der Luke steht und derjenige sieht mich auch nicht. Alle sind gleichberechtigt. Darf ich das mal hochnehmen? Ja, natürlich. Die Moschee des Sultans stand allen offen. Muslime, Christen und Juden durften die Armenküche gleichermaßen nutzen. Heute ist hier ein Restaurant. So viele Aspekte des antiken Istanbul liegen unter der Oberfläche der Stadt verborgen. Ich will sie jetzt mithilfe von Virtual Reality erleben. Alles ist komplett grün. Ja. Ah, die kenne ich schon. Meine Fahrkarte nach Istanbul. Los geht's. Das ist die Aussicht, die du von oben aus dem Hubschrauber hattest? Genau. Wir fangen beim Hippodrom an. Ja, die Rückseite. Und hier sind wir in die unterirdischen Gänge rein. Da ist die Treppe. Und da ist all das dreckige, rattenverseuchte Wasser. Und steigen wir da rüber? Ah ja, ich sehe schon. Da ist sie. Die Hagia Sophia. Man sieht deutliche Unterschiede zwischen den Minaretten. Sie sind alle zu verschiedenen Zeitpunkten gebaut worden. Ich kann die Kuppel der Hagia Sophia in meinen Händen halten. Jetzt gehen wir rein. Diese Perspektive ist dir vermutlich schon etwas vertrauter. Aber das Gute ist, wir können uns im Raum nach oben bewegen. Was? Wir fliegen durch die Luft. Sieht ihr diese Details an? Wunderschön. Oh, da kommt das Dach. Langsam, langsam. Keine Sorge. Wir brechen wirklich durch die... Wir sind oben. Meine Güte, wir sind auf der Spitze der Kuppel. Man kann einfach so rumlaufen. Du stehst auf der millimeterdünnen Hülle der Kuppel. Ich habe trotzdem das Gefühl, als müsste ich ganz vorsichtig gehen. Nur für den Fall, dass ich einbreche. Und man muss aufpassen, dass man nicht stolpert. Wahnsinn, hier kann man die Dellen und Beulen sehen. Da ist eine Riesenbeule. Jetzt lässt du mich wieder durch die Luft schweben. Die Hagia Sophia ist wie die ganze Stadt. Sie hat eine Menge Schläge abbekommen, aber sie hat überlebt. Jetzt geht es wieder zurück auf den Boden. Unglaublich. Oh Mann. Istanbul hat überdauert, indem man Bauwerke wie das Hippodrom umwandeln ließ. Und so Dürren und Kriege überlebte. Und dank der eleganten Aquädukte gab es immer ausreichend Trinkwasser für alle. Die Geschichte und die Kultur dieser Stadt reichen weit. Weit zurück. Und die Bewohner Istanbuls kämpften gegen feindliche Heere und Erdbeben, um ihre Heimat zu retten. Trotz aller Widerstände. Istanbul wurde erobert, zerstört und wieder aufgebaut. Sowohl von östlichen als auch von westlichen Mächten. Das machte und macht diese Stadt zu einem einzigartigen, weltoffenen Schmelztiegel der Kulturen. Und ich hoffe, dass, egal wie sich das Verhältnis zwischen dem Osten und dem Westen weiterentwickelt, dass Istanbul seinen einzigartigen Charakter behalten kann. Und es bleibt ihre личность. Das ist eine Unikbasale Personale.